Und da sind wir auch schon wieder und ich klicke auf Rematch. Wir sind in Gunmonkeys, wenn ihr es nicht wisst. Steht aber eigentlich ganz groß als Titel Gunmonkeys. Hey, jetzt haben wir Jetpacks. Guck mal, ich hab Jetpacks. Das ist richtig mies auf den Kopf heran, dieses Jetpacks. Jetzt hör mal auf. Alter, hör auf den Jetpack. Das ist ein mega krasses Rauschen auf den Kopf heran. Boah, ist mega. Alter, ich mag die Jetpacks. Nee, ich nicht. Weil die einfach mega laut sind. Komm, Ohren kriegs dabei. Ich hab dir das Maxi-Maximalhöhe erreicht. Nein. Voll weggefickt, ne? Boah, das war mega geil. Kann sein, dass ich dann so Items habe, dass meine Waffen stärker sind, weil ich dich immer oft kriege. Nein, hast du nicht. Was? Was in der Luft? Jetzt hör mal auf mit deinem scheiß Jackpack, das wird zu laut. Mach ich ja andauernd jetzt. No. Wieso kann man nicht während des Spiels einen Ton einstellen? Klar. Klarruf. Klarruf. Komm, Paar, mach mal noch. Das sind die verdammten Verfolgungsreutinger. Boah. Alter, geht dir das nicht auf die Nerven mit deinen Kopfhörern? Nein. Das ganze Tschschsch. So, ich hab ein paar Profile drauf mit meinen Zeichen. Und da hab ich, ja, ein paar eingestellt. Und da hab ich gerade eins glaubt, wo der Bass ganz unten ist und nur Klänge. Und dann hört sich nicht so schlimm an. Du blutest irgendwas. Es tue ich Bass rein und es tut in den Ohren weh, aber es hört sich geil an. Aber geil, dass es immer noch Sachen gibt, die wir nicht kennen, ne? Ja, das, Alter, hier gibt's auch mega viele Karten, glaub ich. Jetzt, du hättest das Ding doch eben noch mich abliefern lassen hätten können. Komm, fall mir zu mir runter. Nein, zu mir runter. Fall, zu mir runter. Fall, zu mir runter. Fall, zu mir runter. Hallo, ich will respawn. Höh! Das ist einfach short. Wie ich dir einfach nur wegfliege. Total schisshaft. Boah, ganz knapp war das. Ja, ich glaub, du hast trotzdem... Ja, komm, soll ich dir zeigen, wie man die einsetzt? Komm, 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 komm! Oh. Ich war noch nicht mal respawned, halt. Ich weiß schon, ich hab ja wie oft, dass du noch respawnst. Das ist halt so scheiße. Wie wir beide miteinander erfliegen. Klingt dieses Rauschen, entschuldige ich mich. Man hört voll viel. Oh, Blut, 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 Blut. Nein, gar nichts, halt, Mann. Hm. Nein! Das ist nicht dein Ernst. Oh, scheiße, ey, du bist schon wieder in Führung, Alter. Ich war am Anfang in der Führung. Hör mal auf. Ja, klar, magnetisch, ja. Ja, ich heb ja alle auf, ne. So, so, danke, danke. Das ist bei... Hab ich Magnetik. Schicki. Schickimicki. Nein, nein, rettest du dich jetzt nicht. Hm, Fahrpunkte hab ich noch rausbekommen. Na, ich glaub, das hilft mir aber trotzdem nicht. Dein Vorsprung ist zu stark. Aber man will nicht aufgeben. Magnetisch, alles her damit. Geil. Geil. Guck mal. Nein, Robert, nein! Vor deiner Nase! Alter! Nein, ich will sie... Nein! Boah! Alter, ich war genau auf meinem Spawn. Und die hat sie nicht genau abgeliefert. Ja, du musst dich doch immer ducken. Stimmt ja gar nicht. Man muss einfach nur reinlaufen. Oh, fünf Abzeichen an einem Tag! Oh, schön, Manni! 3.500! Yes! Ich weiß gar nicht, mit dem... Was ich... 3.600? Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Geld anfangen soll. Du könntest verlieren und mir das ganze Geld geben. Hm? Deal? Nein, nein, nein. Ich will mein Geld nicht herbekommen. Nein, hast du echt null? Ja, ich hab... Ich hab gar nichts. Weil ich verliere doch die ganze Zeit hier. Ja, dann versuchen wir zu gewinnen, ja. Ja, ich bin doch dabei! Ja, versuch's wieder. Aber guck mal, du hast schon wieder drei. Das ist total unlogisch. So viel liegen hier noch nicht mal. Hast du auch mal mit dieses Blitzen und dann ist es irgendwie dunkler? Äh, nee. Nee. Dieses kurze Funken dabei jetzt. Der Map. Nee. Alter, klar! Klar, 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 klar. Wieso auch nicht? Yo, ich bin Batman. Yo, du hast ja 1000 Minien gelegt. So, dann gehen wir schnell nach Hause, bevor er respawnt. Ey, ich spiel's einfach ganz gechillt, so mit einer Hand, ne? Boah, ich überhaupt nicht. Also überhaupt nicht geschillt. Weil, mit einer Hand komm ich hier gar nicht hoch. Klar, Mine. Hier, die liegen da ein bisschen geil. Ja, nur ein ganz bisschen. Alter, wieso fällst du runter? Hallo, ich dachte, du wärst ein Affe. Affen können klettern. Du bist ein Kletteraffe. Du klettern. Auf einmal ist Zeitlupe weg, war ja klar, ne? Wieso, wieso bist du immer noch in Führung, obwohl ich grad viel mehr abliefe als du? Äh, nein. Ich komm hier immer nicht hoch, das ist voll scheiße, die Map. Ja, ne? Und dann klette ich immer eins zu hoch und dann komm ich da nicht rein. Ich komm da einfach nicht zwischen. Hallo? Oh Gott. Das ist meins. Mit Jetpacks wär ja okay. Ja, komm, komm, komm. Nein, oah. Du hast schon drei, also geh weg. Jetzt, das geht doch. Oh, hier liegen so zwei, ne? Ja, nehm ich mal mit. Nein. So. Nein, die nimmst du nicht mit, die lang. Bei mir, das ist mein Viertel. Das ist mein Viertel. Nein, du bist. Super. Bringt gar nichts. Wow, ich bin in der Nähe, ich bin in der, näher. Ich war in der kleinen Ecke da, ne? Ich konnte nicht mehr raus. So, dann liefern wir die ja auch noch ab. Ich glaub, diese Runde könnte ich sogar für mich entscheiden, wenn ich ihn nicht in das Loch stecken würde. Nein, du kriegst mein Geld nicht. Nein, ich bin Hartfee-Empfänger. Nein. Jetzt fall doch da rein. Und renn schneller. Renn, renn da hoch. Renn hoch. Renn hoch. Ey, du hast es ja viel einfacher, hochzukommen. Nein, überhaupt nicht. Wow, 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 wow. Hm. Unfair. Das war so, überhaupt nicht. Nein, escape, dann kriegst du kein Geld mehr. Escape? Nee. Soll ich Strom und Stecker ziehen? Niemand kriegt mein Geld. Niemand kriegt kein Geld. Wenigens noch Köln, komm. Nein, 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 nein. Doch, das krieg ich schon noch. Alter, jetzt bist du auch schon wieder... Alter, nein, du kannst dich jetzt noch voll hoch retten. God damn it. Damn it. Komm schon, komm schon. Ja, nein, nein, nein. Das ist niemals mein Geld. Niemals, niemals. Merk dir das niemals? Nein. Alter, wieso komm ich da nicht hoch? Bei mir ist das richtig mies, hochzukommen. Merk dir das? Das ist bei mir nicht, oder was? Ach Gott, noch... Wow. Alter. Was? Was? Das sah voll krass aus. Alter, guck mal, du spielst jetzt schon wieder voll hoch. Kannst du mal aufhören? Nein. Ich will auch Punkte bekommen. Nein, bitte nicht. Wow. Ich hab bei mir sowas, ich hab viel mehr Munition, ist das voll egal. Nein, nein. Okay, ich verliere. Nein, komm schon, komm schon. Ja. Ja. Wie? Wie? Ich hatte nur noch 20... Wow. Nein, ich hab 60... Ich bin gerade auch in meine Spanke gekommen. Nein, mein Geld. Nein. Ja, mein Geld, mein Geld, mein Geld, mein Geld. Nein. Okay, immer noch 3... Und da ich jetzt ein bisschen Geld hab, zeig ich euch mal in der Lobby, was man mit dem Geld machen kann. Ich hab aber immer noch 3.500, also... Man kann dir ganz viele Sachen kaufen. Ist das nicht bei my team? Ja, ist richtig. Da hab ich doch schon alles. Was? Du hast doch schon wirklich alles? Auch die ganzen 10.000? Ist getting power up from... Okay, weapons favor... Ich check das nicht. Spielbost. Hau mal boost. Start power boost. Ja, wie gesagt, denn man ist bitte schon frei. Das könnte ich mir holen. Air control. Oder? Ich hab halt lauter Waffensachen, ne? Ja. Äh, man kann... Wie viel kann man unten drin haben? Man kann ja nicht alles anhaben, wohl. Nee, nur 1, 2, 3, 4. Okay. Sniper boost. Retro boost. Speed boost hab ich auch schon. Nein. Air control boost. Magnetic boost. Ich hab Haumer boost grad drin. Ganz hellig schieße ich dich nochmal. Ich krieg bei Zep Zep boost alle... Ich krieg lauter Waffen boost. Also so sieht das aus, wenn man auf die Serverauswahl geht. Eigentlich steht da noch EU1, EU2, EU2... Und mein neues Profilbild ist natürlich das coolste der Welt. Eine Frau, die sich ne Klage an den Kopf hält, ja. Ja, ich hab dich gechallenged. Kannst du mal annehmen. Ich seh's erst, wenn ich dich anklick. Witzig, oder? Akzept. Oh Gott. Diese muss ich nochmal zackt drücken. Ach Gott. Hm, irgendwo kenn ich die Karte her. Nee, ist doch nicht die gleiche von eben. Ja, genau, genau drei hinter meinem Spawn. Sehr nett von euch. Uuua, killin' diese Action, killin' diese Action. Nein, do, du arsch. Oh nein, do, du arsch. Ja, siehste mal, jetzt siehste mal. Ja, aber es ist eh null, also es bringt dir eh nichts, wenn du gewinnst. Yolo. Doch, ich bekomm ja trotzdem das Geld, aber nicht von dir. Das ist ja egal. Eben. Von wem ich das Geld bekomme. No Harms. Guck mal, bleib mal stehen. Ich verzichte. Alter. Mit zwei Schuss, oder wie? Und wie oft hab ich... Ich hab lauter Waffenboost drauf, was soll ich nicht machen? Und Speeddoost und alles. Das bringt der, äh, das bringt der aber... Guck mal, Kyro, ne neue Waffe von mir. Hab ich mir freigeschaltet. Mhm. Wo bist du denn da? Bin ein bisschen geflüßt. Ich hab... Ist ein bisschen kalt hier. Jetzt fallt auch hier runter. Hallo. Hallo. Ich doch, oder? Erkontrollboost, alles bringt dir süß. Wieso... Ja, hab ich auch. Aber wieso bist du so schnell? Ja, ich hab auch noch Speedboost. Hm. Du hast auch einfach viel mehr Lerde. Oh, Kiste. Nein! Nein, 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 nein! Oh, ho, 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 ho. Hey, du hast so einen Blutpfeil gemacht. Kannst mal sehen. Das ist mein Power-Up. Ja, genau. Hm. Nein, 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 nein! Ja, klar! Oh, 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 oh! Achso, ich hab gedacht, du kommst mit der runter und schießt erst dann los. Aber du hast uns schon geschossen. So, drei. Guck mal, das ist mein dritter. Du hast keinen dritten. Alter, dein Spawn kommt mal voll einfach. Boah, das ist ein Gefühl. Warum? Keine Ahnung. Ja, total nervig gerade. Weil ich dann einfach nicht vorrat komme. Magnetisch. Oh, danke. Das ist mir sehr praktisch. Nein, nein! Klau mir nicht mein Geld! Alter, ich hab dann eine Ecke hängen. Jetzt bleibt doch... Spring doch hoch! Guck mal, wie schlecht mal zu meinem Spawn kommt. Ich hab keine Leiter. Das ist richtig nix. Ne, das ist ganz anders. Voll gemein. Ich bin schwierig. Vorhin hatte ich übers Ding in Mainz-Born. Jetzt hast du ihn. Nein, stimmt doch gar nicht. Ich hab die ganze Zeit in Mainz-Born. Wieso fall ich rum runter? Hallo. Wieso liegt da eine Mine? Ja, weil ich die gelegt hab. Wieso hast du da eine Mine gelegt? Guck mal, ich komm mir gleich rum. Hau ich mich auch. Dieses Spiel ist echt... ...superspaßig. Boah, alles voller Blut. Boah, ist das brutal. Boah. Ja, klar. Klar. Genau auf deinem Spawn. Guck mal, wie ich hänge in der Luft. Nein. 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 Boah, Alter, das ist so mega gemein, ey. Ich hab ein lauter Power-Up. Was soll ich dafür? Ja, ich hab auch 1000 drin. Ja, aber nicht so gut wie ich. Doch, ich hab genau die gleichen drin wie du. Weiß ich denn nicht? Doch, seh ich. Ich komm hier nicht hoch. Jo. Dann komm ich da halt nicht hoch zu meinem Spawn. Brauch ich ja nicht. Ich muss ja nichts abliefern. Nie. Muss ich ja nicht. Da fliegen sie. No, 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 no. Okay. Oh, wie der saftige 1000 Dollar. Ja, du ziehst mir grad mein ganzes Geld ab, was ich noch hatte. Ist doch geil. 1200. Oh, ich hab noch ganze 2 Dollar. Da kannst du einen Lodscher noch verkaufen. Lolli. Nicht mal das, das gibt's ja leider nicht. Oh nein, keine Segen. Und 1000 Minen vor meinem Spawn. Ich komm nicht mal raus. Oh, keine Jetpacks, schade. Hey, was ist mit dir da? Die ganzen Minen. Klar, du kannst bestimmt durch, durch dein... Alter, du hattest bestimmt keine einzige Mine vor deinem Spawn. Guck mal. Guck mal, wo ich landen muss. Guck dir das mal an. Ne, guck dir das mal kurz an. Hier, 1000 Minen um meinen Spawn. Das ist richtig gemein. Ne, ne Säge. Hey, warum eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich muss komplett einmal oben rum, um nicht zu sterben. Richtig gemein ist das. Hä? Du hast dich gerade selbst in die Luft gejagt. Mit der Atomrakete? Ich weiß es nicht. War unnötig. Alter, mein Spawn ist auch wieder super gelegen. Nee. Ja, und ich reg mich auf. Ja, und es macht mir Spaß. Ah, von oben kommt man relativ stillig runter zu meinem Spawn. Das ist ein Vorteil. Nee. Bei mir muss ich eben ganz unten, ne? Ja, und ich muss immer komplett einmal oben lang, um dann wieder nach unten zu kommen. Stürb! Batert! Guck mal da, hol dir das! Hol dir das! Klar. Die Mine trifft dich nicht. Wäre ich da lang gelaufen, ich wäre in einer Millisekunde weg gewesen. Ja, ich springe halt wieder weg, nur dass ich... Hallo! Wieso stimmst du nicht hier? Nein, 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 nein. Boah. Ui, guck mal! Step Step find ich die beste Waffe! ...jaaa. Hallo? wir sehen uns in der nächsten folge wieder von gang monkeys weil das ein spiel war super spaß war jedenfalls dem spieler der auch gewinnt wir sehen uns wieder heute ist nicht mehr tag bis dahin tschau tschau